Nachdenkseiten Die kritische Website Sieg für Nachdenkseiten BPK muss Florian Warwick Zugang zu den Regierungspressekonferenzen gewähren Ein Artikel der Redaktion Der beklagte BPK e.V. wird verurteilt, den Kläger zu seinen Veranstaltungen und Angeboten wie einem Mitglied Zugang zu gewähren So lautet der Schlüsselsatz im Urteilsspruch des Berliner Landgerichts, welcher den Nachdenkseiten am 28. Juli passenderweise der Geburtstag unseres Redakteurs zuging Das Berliner Landgericht verwies im Urteil insbesondere auf Artikel 3 und 5 des Grundgesetzes sowie darauf, dass der Beklagte vorliegend an die Beachtung der Grundrechte des Klägers gebunden ist Insgesamt lässt das Urteil kaum ein gutes Haar an den von der BPK und der sie vertretenen Anwaltskanzlei vorgebrachten Argumenten Im Urteil heißt es dazu unter anderem völlig pauschal vorgetragen, nicht prüfbar, nicht geeignet sowie keinerlei substanziierten Vortrag Urteilsbegründung Zitat Die Klage ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet Dem Kläger steht zwar kein Anspruch auf Aufnahme als Mitglied bei dem Beklagten aus § 11 der Satzung des Beklagten zu Allerdings ein solcher den gleichen Zugang zu den Veranstaltungen und Angeboten des Beklagten zu erhalten wie ein Mitglied Dieser Anspruch folgt aus Artikel 5 Absatz 1 HS 2 GG IV M Artikel 3 Absatz 1 GG und dem Umstand, dass der Beklagte vorliegend an die Beachtung der Grundrechte des Klägers gebunden ist Zitat Ende Das Landgericht verweist in seiner Urteilsbegründung folglich auf die Grundrechtsbindung der BPK in Bezug auf die im Grundgesetz verankerten Artikel 3 und 5 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten Und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten Weiter erklärt das Gericht Der Kläger Florian Warwick erfüllt die Voraussetzungen des § 2 der Satzung des Beklagten Da er zum einen ein in Berlin ansässiger Journalist ist und darüber hinaus umfassend über bundespolitische Themen berichtet Auch mit diesem Satz negiert das Landgericht umfassend die Argumentation der BPK Denn einer der zentralen Argumentationsstränge der BPK war die Behauptung Unser Redakteur würde nicht ausreichend über Bundespolitik schreiben und würde in Folge nicht die Voraussetzungen zur Teilnahme an den Regierungspressekonferenzen erfüllen Doch sah das Gericht das anders und führte dies auch noch weiter aus Der Beklagte, die BPK, hat demgegenüber nicht substanziiert dargestellt Dies ist auch ersichtlich nicht der Fall Zitat Ende Wirklich peinlich für die BPK und die sie vertretene Kanzlei wird es auf den letzten zwei Seiten der Urteilsbegründung Die sich der im Zuge der mündlichen Verhandlung von der Richterin eingeforderten konkreten Belege bezüglich der Behauptung Florian Warwick hätte Mitglieder der Bundespressekonferenz beleidigt sowie den angeblich vorgebrachten Einwänden von Mitgliedern widmen Zitat Satzungsgemäße Ausschlussgründe, die vorliegend eine Verurteilung des Beklagten ausschließen würden hat dieser bislang substanziiert nicht vorgetragen Insbesondere hat der Beklagte in dem ihm nachgelassenen Schriftsatz vom 13. Juli 2023 substanziiert nicht dazu vorgetragen, welche inhaltlichen Einwände konkret gegen eine Mitgliedschaft des Klägers vorgebracht worden sind Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung zwar ausgeführt, dass es entscheidend nicht auf die Namen der die Einwände erhebenden Mitglieder ankommen dürfte Das Gericht hat aber deutlich gemacht, dass der Inhalt der Einwände vorzutragen ist, damit geprüft werden kann, ob sie nach der Satzung des Beklagten einer Aufnahme entgegenstehen und damit verbunden auch einer Gleichbehandlung des Klägers zu einem Mitglied der Beklagten Im Schriftsatz selbst sind die inhaltlichen Einwände pauschal zusammengefasst und unter Beweis gestellt durch Parteivernehmung des Vorsitzenden des Beklagten Insofern liegt nicht einmal ein schlüssiger Vortrag vor, da die schriftlich eingereichten Einwände inhaltlich hätten vorgelegt werden können Ob die Zusammenfassung den Einwänden überhaupt entspricht, ist in dieser Form durch das Gericht nicht prüfbar Auch ist der angebotene Beweis der Parteivernehmung des Vorsitzenden des Beklagten vorliegend nicht geeignet, den fehlenden Vortrag zum konkreten Inhalt zu ersetzen Insoweit hätte der Beklagte problemlos die jeweils erhobenen Einwände konkret inhaltlich wiedergeben können, ohne anzugeben, welches Mitglied die entsprechenden Ausführungen gemacht hat Vorliegend kann also nicht festgestellt werden, dass entsprechende Einwände vorliegen, die zu einer Nichtaufnahme des Klägers führen könnten Aber auch sonst hat der Beklagte keinerlei substanziierten Vortrag dazu gebracht, warum dem Kläger hier nicht der Zugang zu seinen Veranstaltungen wie einem Mitglied ermöglicht werden kann, also insbesondere, dass Ausschlussgründe vorliegen Um sich eine Vorstellung davon machen zu können, auf welchem Niveau sich die Argumentation der BPK und der Kanzlei bewegte, sei auf zwei anschauliche Beispiele verwiesen Zum einen wurde unter anderem folgender Einwand gegen die Teilnahme von Florian Warwick an der BPK vor Gericht aufgeführt Dieser mache Regierungsmitglieder verächtlich, was dem Ansehen des Vereins schaden würde Als Beleg wurde dann auf einen angeblichen, dem Gericht nicht vorgelegten Tweet, mit dem sich der Kläger über Frau Baerbock lustig macht, verwiesen Zum anderen wurde dann im abschließenden Vortrag der Gegenseite behauptet, unser Redakteur hätte erkennbar ein gestörtes Verhältnis zu den Institutionen des Beklagten Als Beleg für diese Behauptung wurde dann angeführt, der Kläger hat den Vorsitzenden des Mitgliedsausschusses, Jörg Blank, als Kanzlerkorrespondent bezeichnet Weiter heißt es dann im Wortlaut Zitat Ende Wir halten fest, dem Parlamentskorrespondenten der Nachdenkseiten wird gegenüber dem Landgericht unterstellt Er hätte in verschwörungstheoretischer Absicht den falschen Begriff Kanzlerkorrespondent genutzt, um ihn als von Mächtigen gesteuert darzustellen Das offensichtliche Problem bei dieser Darstellung Der Begriff des Kanzlerkorrespondenten ist im Gegensatz zur Darstellung der BPK mitnichten eine Erfindung unseres Redakteurs Sondern im Gegenteil der offizielle Titel der DPA Am 26. September 2017 gratulierte die DPA sogar hochoffiziell Jörg Blank zur Ernennung unter just dieser Bezeichnung Jörg Blank wird neuer Kanzlerkorrespondent der DPA Wir gratulieren Auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn bezeichnete sich Jörg Blank jahrelang bis Ende 2021 selbst als Kanzlerkorrespondent So viel zum argumentativen Grundsatz der BPK vor Gericht Die Bundespressekonferenz e.V. hat jetzt einen Monat Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen Falls dies nicht erfolgt, könnte Florian Warwick dann ab September aus den Regierungspressekonferenzen berichten und Fragen an die Regierungs- und Ministeriensprecher stellen Als Redaktion hatten wir uns bisher in Absprache mit Florian Warwick darauf verständigt, insbesondere bisher in der BPK nur sehr selten zur Sprache gekommene sozialpolitische Themen anzusprechen Wir werden unsere Leser zeitnah über die weiteren Entwicklungen in der Causa BPK informieren Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit